Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Rhein, der deutsche Schicksalsstrom, führt große Wasser mit sich und fließt auch am Linkewitz vorbei, wo Trock Amnil wieder seine Pforten öffnet. Freuen Sie sich auf Michael Kostler und Fritz Söller, die dieses Mal über ihre Tätigkeiten zähnieren. Der in Ihren Programmzeitschriften ausgedruckte Beitrag Una Hoga Lumpa Sova oder zu Deutsch gesagt, habe ich den Herd denn noch ausgestellt? Wird zu einem späteren Brennpunkt, ich meine Zeitpunkt ausgebrannt, ich meine ausgestrahlt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Ausgabe von Trock Amnil. Meine Damen und Herren, Bitte begrüßen Sie den Mann mit dem besten Zigarren-Geschmack westlich des Rio-Rheines, Michael Kostler. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist zu, zu Fritz. Hast du ihn denn nicht bescheid, du solltest den Termin durchgeben. Nein, ich habe dir derzeit gesagt, du küsst doch öfters wieder als ich. Ach, jetzt bin ich nicht wieder. Bist doch mich mit dem zusammen als ich. Ach, ich, ja, ich bin wieder. Ach, möchtest ich halt alt sein? Ja, übrigens, ich griff auf zwei Euro von dir. Ach, ja, Junge, das wirst du ganz bestimmen. Ja, Katzkloppe, wie du willst, da ist es, Kinder. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir eh so ein bisschen warten, das ist ja gut, oder? Oh, das Wetter interessiert mich doch jetzt, eine dicke Driss, sonst schiert uns das Wetter ja auch nicht. Ja, wenn wir drinnen sind, da kriegst du aber dann den Freibier, das kriegst du hügt nicht. Ausgerechnet heute, wo du und läufst, du für vorbereitet hat's. Mann, Mann, Mann. Ne, ich weiß es nicht, also, Löffelstiffe, ne. Komm, lenkt nicht ab, das ist deine Schuld. Ja, also, ich so, also immer, wie sie schuldig sind. Ne, du denkst immer alles auf die Kleinen. Immer, wieso denn immer? Immer, immer auf mich, ne, und wenn ich dann das jetzt sage, da sprichst du ein paar Wochen nicht mit mir. Wann sprichst du denn ein paar Wochen? 14 Tage hast du nicht mit mir gesprochen. Ach, da, Fritz, da war ich auf dem Schiff, hab gedreht, da war ich gar nicht in Köln. Du hast mich noch nicht ins Ahnen gerufen. Oh, du bist wie eine Frau, Mensch. Ja, man merkt sich ja so ruhig um die Jungen, ne. Ja, 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 aber wenn du, ja, ja, klar, aber wenn ich beleidigt sein darf, dann höchstens, weil du mir die Show stehst, hier mit diesem Ossi-Mädchen da. Was für Ossi-Mädchen, willst du schnell dem Ossi der Frau weg? Nicht dem Ossi, hier die, die Sängerin aus Dresden, wie hieß das? Ach so, ja, das war ja lecker, Mädchen, ne. Hier, äh, äh, Liebes Fräulein, hieß das, ne. Das hat ja auch, äh, ja, ne, mit. Ja, Liebes Fräulein, ja. Das hat mich an die Füße gekribbelt, für mit dem zu tanzen, ne. Und die hat ja, wir haben ja nur in der Show ein Lied von dir gezeigt, wir haben ja aber zwei Lieder von der. Ja. Weißt du noch, wie der zweite hieß? Also, ja, ich bin, ich bin, was ich bin. Eins, zwei, drei. Ja. Ich bin, was ich bin, genau. Ja, und ich bleibe nur so. Ja, schön. Mich kann es so nicht mehr erinnern. Ja, ja, da gucken wir jetzt mal rein. Ja, ja. Ja, ist es so. Ja, ist so gut. Ja. Das ist Abmoderation, da brauchst du nichts mehr zu sagen. Gucken wir jetzt mal rein. Liebes Fräulein, Applaus! Wuhu! 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 Ich brauch kein aufgesetztes Stargrinsen, mit blau gefärbten Augenlinsen. Keinen däumen Wasserhahn. Und für jedes Ziel nen Plan. Zahlt heute keine Steuer, das ist mir zu teuer. Und Manager find ich gar nicht geheuer. Trink Bier aus'm Sektglas, Wein aus der Flasche. An das Rumpfusel läuft mir ne Masse. Bein vor Glück, Lachen vor Wucht, Brötchen holen im Schlafwand zurück. Kein Reichtum besitzt, wir mögen gewinnen. Na und ich bin was ich bin. Na und ich bin was ich bin. Ich mag Sonne auf der Haut, Blumen im Haar. Rot auf den Lippen, ein liebendes Paar. Funkende Augen, Bewegung im Sinn. Ich sterbe, lächeln, ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich trau in die Ferne, nicht auf Steine vor mir. Träum nicht davon, öffne selbst die Tür. Mag lieber nackt im Regen laufen. Als Kleider von der Sattel kaufen. Weinen vor Glück, Lachen vor Wucht. Brötchen holen im Schlafanzug. Vor mir im Haar, dran kein Mocken. Na und ich bin was ich bin. Ich mag Sonne auf der Haut, Blumen im Haar. Rot auf den Lippen, ein liebendes Paar. Funkende Augen, Bewegung im Sinn. Ich sterbe, lächeln, ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich bin was ich, ich bin was ich, ich bin was ich bin. Weinen vor Glück, Lachen vor Wucht. Brötchen holen im Schlafanzug. Kein Recht um Besitz, Vermögen gewinnt. Na und ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich mag Sonne auf der Haut, Blumen im Haar. Rot auf den Lippen, ein liebendes Paar. Funkende Augen, Bewegung im Sinn. Ich sterbe, lächeln, ich bin was ich bin. Ich mag Sonne auf der Haut, Blumen im Haar. Rot auf den Lippen, ein liebendes Paar. Funkende Augen, Bewegung im Sinn. Ich sterbe, lächeln, ich bin was ich bin. Ich bin was ich bin. Ich bin was ich, ich bin was ich, ich bin was ich, ich bin was ich bin. Oh Mann, 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 dabei wollte ich heute auch noch die Fotos hier zeigen. Wir hatten doch in der zweiten Show, hatten wir doch hier unseren glücklichen Gewinner. Der hat doch beim Talk am Nil Fotowettbewerb teilgenommen. Ja, da siehst du doch, wie der aussieht. Der ist ja Ball am Kräschchen verfreundet. Der hat das Geschenk gesehen, was wir ihm gebracht haben und er hat so Tränen gerührt. Tränen gerührt. Ein Buch von mir, ein Linkewitz-Kalender. Und der hat ja so ein schönes Talk am Nil Poster entworfen. Ja. Und da haben wir wieder aufgerufen, wieder auf Facebook in unserer Gruppe und haben gesagt, hier habt ihr Fotos von mir und von Fritz und macht ein paar schöne Sachen draus. Wo könnten Fritz und ich hängen? Guck mal hier Fritz. Dann hat hier die Annette Aeros-Köllnil, hat uns am Times Square aufgehängt. Ja, das ist schon klasse. Talk am Nil, ich natürlich, so wie es sich gehört, nicht zuerst. Dann du. Ja, das ist schon normal. Talk am Nil, das Musical. Sehr schön. Oder hier, guck mal, da hängen wir im Museum of Modern Art. Ja, ja. Wollte ich auch mal zeigen. Ja. MoMA sagt man, das kennt ihr. Also für dich muss ich ja wieder übersetzen. Museum of Modern Art heißt Museum für moderne Kunst, Fritz. Dankeschön. Das ist kein Englisch. Oder auch hier, ein wunderschönes Bild. Also da hat sie ja ein bisschen Werke, nett, Jüngelchen. Wie, ja, ja, ja. Das sollst du ja sehen. Wie, das soll ich sein. Ja, bin ich da. Boah, toll. Ja, hat sie schön gemacht. Und auch endlich mal eine Frau, die sich für uns bückt. Ja. Ja, die holt ja ein Glas Bier. Ich wusste, aber das ist ja Fernsehen, ne? Genau. Normalerweise steht ja immer so tief, ne? Damit die sich ordentlich... Ja, damit die sich frische Böcke müssen, genau. Aber das sieht doch gut aus. Voll, Fritz. Ja. Sehr schön. An dieser Stelle vielen Dank, Annette R. aus Köln-Nil. Und der Preis ist zu Ihnen unterwegs, auf das Sie sich genauso freuen, wie unser letztmaliger Gewinner. Ja, ja, ach, da kommen schon Gäste. Hallo, kommt da rein. Ja, ist noch... Hi. Ja, ist noch zu. Ich bleibe ersetzen, ne? Ist noch zu. Ja, Fritz, dann erklär du doch mal unserem Publikum, warum überhaupt noch zu ist. Ja, also, es ist so. Er sagt, ich hätte den Zettel gehabt, für den Ossi bescheiden. Ich habe nicht immer gesagt, du das alles immer auf die kleinen Löcher schiebe. Ne? Kennst du ihn ja. Und der hat für jetzt den Ossi bescheiden. Jetzt sitzen wir hier wieder durch. Na ja, machen wir Peste draus, ne? Ja. Ja, das ist ja noch durch, wenigstens, da können wir vielleicht warten, ob der Ossi... Vielleicht mit dir doch noch oben. Schön, dass ihr auf jeden Fall gekommen seid. Ja, das wünsche ich, das ist auch. Ja, ne? Das ist ja eigentlich deine Jahreszeit, Fritz. Ne, früher ist ein schlimmer Jahreszeit, ne? Es ist ein gefährlicher Zeit, früher. Wieso? Ja, die Bäume schlagen aus, musst du auf sich springen, ne? Ich schäse und es sprießt alles rum, ne? Da musst du fein aufpassen. Mein Jahreszeit ist eigentlich der Herbst. Da zeigst du die Natur, wie sie schön malen kann. Filme, Möhler machen, der Natur noch. Und man kann vor allen Dingen wieder doch Butterful stehen gelassen, ne? Butterful. Ja. Gutes Stichwort. Ja, da hast du dich wieder... Du sollst nicht in meine Abmoderation reinreden. Da hast du fahrforschbar. Schönes Stichwort. Fritz, November, Herbstzeit, Windzeit, da erinnere ich mich immer gerne dran, als wir unsere Drachen haben steigen lassen. War das bei dir auch so, Fritz? Ja, Butterfuls haben wir uns gemalt. Ja. Und das war einfach mit so zwei Hölzchen, ein lang, ein breit. Und dann haben wir Kürtchen drumherum geschmiert, die Bunge. Dann haben wir Papier uns geholt, in so einem Scheibhahn, die Scheppe, und wir holen uns Hefte gerade. So, dann haben wir die mit gekochten Äbeln, also mit Qualmännern, haben wir die Ränder hingeschmiert. Nicht mit Britzen, ne? Gab's ja damals. Ja, wir haben das mit Äbeln gemacht, und dann haben wir das schön gepackt, und dann sind die auch schön, haben die ein Gläser. Aber wenn der Butterful Dürre ging. Also ist er fliegen gegangen? Ne, der ist weggeflogen. Ja, Dürre. Der ist Dürre gegangen. Ja, der ist halt Dürre gegangen. Der ist nicht schräg geflogen und der ist nicht gut gerissen. Ich muss ja auch das erzählen für Leute, die nicht aus Köln sind. Die sind alles Köln. Ja, aber uns gucken im Internet ja auch Leverkusener, zum Beispiel. Ja, also, wir haben dann, wenn der Butterful dann bei irgendeinem Internetjahr flog, und der Kondition liegt, haben wir ihn ja wieder gekriegt. Ansonsten waren wir fort, und wir wollten uns eine neue Bauer. Also, jetzt kommt jemand, Fritz, der lässt auch Butterful steigen, aber der lässt sich sogar von denen ziehen. Ja, so viel wollen wir nicht. Wir sind ja mitgelaufen. Also, das hätten wir nie gemacht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir, hier ist Mario Wiesner. Mario Wiesner, Sie sind, ich muss es genau lesen, weil ich hatte es nämlich zuerst im Internet gegoogelt unter Wiesn-Kiting. Das hängt ja so an wie so ein besoffener Kölner, der auf dem Oktoberfest unterwegs ist. Ja, genau, Wiesn-Kiten. Aber der offizielle Terminus ist Kite-Buggy-Fahren. Was ist das überhaupt? Ganz genau, der Kite-Buggy-Fahren ist im Endeffekt, das macht jedes kleine Kind-Fekt damit schon an, fährt mit einem schönen Dreirad. Wir haben auch ein schönes Dreirad, das ist ein bisschen größer geworden, ist ungefähr 1,80 Meter lang und 2 Meter breit, mit großen Reifen. Und dann ziehen wir eine große Matte in die Luft. Also eine Matte ist im Endeffekt, die kennt man so vom Fallschirmfliegen und so, mit Kammern, so einen Drachen. Und lass uns mit dem über den Strand oder über die Wiese ziehen, legen uns schön gemütlich in unser Dreirad und dann geht's los. Wie schnell wird man mit so einem Ding? Also man wird, der Rekord liegt, den haben ein paar Holländer aufgestellt, auf einem Salzsee in den USA. Der liegt bei 136 kmh. Das ist schneller noch, als die Maschine von Horst Nordmann fährt. Ja, also wir schaffen auch so, wenn wir so fahren am Strand, auch so 90 kmh. Okay, wäre bei mir jetzt, ich vielleicht 20 oder man müsste zwei Fallschirmfliegen. Ja, also man muss aber berechnen, also die Dreiräder, also die Kite-Buggys haben keine Bremse. Ja. Bremsen tut man, indem man einfach den Buggy querstellt. Achso, schön. Bei hohen Geschwindigkeiten wirft man erstmal alles weg und stellt dann erst quer, bevor man sich überschlägt. Und das macht also richtig viel Spaß. Vor allem, wenn man an der Küste ist und der Wind entsprechend gut am Strand fährt, kommt, dann ist das ideal. Ich wollte gerade sagen, wo hat man denn in Köln die Möglichkeit, Kite-Buggy zu fahren? Oder sagt man, ich spinne zwar aus Köln, aber wir fahren immer nur am Strand. Also in Köln ist es, hier auf der Poller Wiese hier in Köln, kann man es natürlich ab und zu probieren. Nur ist das sehr schwierig, weil die Hunde gerne tiefe Löcher grudeln, was nicht so ideal ist, wenn man da mit einem Dreirad reinfährt. Und wir fahren viel auf der Schulwiese in Brühl. Da treffen wir uns eigentlich immer, wenn das Wetter mitmacht und wir mal nicht an der Küste sind und fahren da entsprechend unsere Runden. Aber Kite-Buggy fahren ist schon, kann man schon sagen, ist eine Sportart. Ist jetzt nichts, halt wie so, hallo, wir drehen Handyfilme, hallo, das ist schon richtig. Da gibt es auch internationale Wettbewerbe. Das ist eine komplett richtige Sportart. Es gibt auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften. Also die nächste Weltmeisterschaft ist nächstes Jahr in Frankreich im Juli. Und auch hier in Deutschland gibt es regelmäßig Rennen. Also es gibt auch eine Organisation hier, die GPA, German Paracad Association, die das Ganze dann auch managt und entsprechend organisiert, wo dann auch solche Rennen dann veranstaltet werden. Das Ganze ist nicht billig. Also man kriegt, kann heutzutage, wenn man einsteigt, steigt man erstmal mit einer kleineren Matte ein, so drei, vier Quadratmeter und überhaupt erstmal ein Gefühl. Ja, ja, sie, für mich, ich bemüte mich kein Stück mit drei, vier Quadratmeter. Ja, das ist ja, man muss ja erstmal ein bisschen Gefühl kriegen. Also im Endeffekt, bevor man in so ein Buggy steigt, sollte man das Gefühl für den Drachen haben, wie man den steuert. Man sollte im Endeffekt die Augen zumachen können, den Wind fliegen können, um einfach sicher zu gehen, dass wenn man in das Dreirad steigt, dann auch noch alles sicher beherrschen zu können, weil wenn man alles gleichzeitig lernen möchte, kann es sehr wehtun. Sie sind ja auch in einem Verein, wie heißt der? Genau, wir sind von den Wiesenkeitern, Webseite wiesenkeiter.de, wo wir uns so ein bisschen organisieren. Wir sind momentan zehn Leute, die jetzt aktiv bei den Wiesenkeitern dabei sind, wobei auf der Wiese in Grühl werden immer mehr. Also ich denke auch, die Wiesenkeiter, wir waren mal ein paar mehr, dann ist einer, er meinte, er müsste nach Australien auswandern, der andere, der eine hört mal auf, aber es kommen auch immer wieder neue dazu und wer Interesse hat, einfach mal auf die Wiese gucken. Wir haben auch ein Forum, wo man sich auch mal unterhält, wenn wir uns an die Küste fahren und wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen und sich melden. Wir freuen uns. Prima, meine Damen und Herren, Mario Wiesner. Hallo von mir, kleines Büchlein von Sportler zu Sportler, also mein Vater. Und dann sagt Frauke Ludewig zu mir, macht nix, ich hab auch keine an. Na weil, kleine Sau, doch. Aber ich hab jetzt auch gelesen, ZDF Neo macht jetzt eine Talkshow mit Charlotte Roach. Kenn ich nicht. Die hat ein Buch geschrieben, Feuchtgebiete. Feuchtgebiete? So was? Da beschreibt die ihre Erfahrungen drin, wie das ist, wenn man sich mit dem Finger in verschiedene Körpereröffnungen rumpumpft. Das ist ein Buch. Ja, nee, ist ein Buch. Also, und die macht jetzt eine Talkshow und Fritz Halsschwest, in der Talkshow, die Rebellin vom ZDF, da soll geraucht und getrunken werden drin. Da darfst du hier auch beim Talgarten. Ja, eben. Da kannst du auch rauchen und trinken. Genau. Ja klar, schon immer. Ist ja unser Wunsch. Richtig, ach da kommt auch schon der Nächste. Ach, Jupp, hallo. Hallo. Wer ist es? Zu. Was ist los, Jörg? Ja, ich hab mich mit dem schon geössert. Ja, 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 das ist deine Schuld. Ja, ja. Vielleicht, ach Frank, kannst du nicht ein, zwei, drei, vier, fünf, ach hol zehn Bier? Ach bitte, komm, dann hol dir auch noch was mit, holst du dir wie immer, holst du dir wieder einen kalten Dornkart und dann noch, äh, äh, äh. Ja, aber trotz Fastenzeit, meinst du? Ja, komm, mit zwei Trinke was. Ihr könnt ja Wasser trinken. Na, trinkst du noch was. Und noch eine Schachtel Kippen. Kippen? Ja, mal ausnahmsweise. Äh, äh, Obama. Ach so, ja, äh, genau. Wohnzimmer, Linkewitz. Ja, richtig. Aber du wolltest mich was fragen. Ja, das kann ich aber nur intelligentelijk fragen, und das bist du. Dankeschön, das ist schön. Weißt du, ich zie da so ein allerhand hier rät, wo man kleine und große Sachen in der Borekant hat. Und ich komme nie auf die, die Namen davon. Ja. Weißt du, äh, äh, das eine ist, da kannst du jetzt klitz kleine Sachen mit, groß loeren. Ja. Wie heißt das? Äh, loopen? Nee, 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 nee. Noch kleiner und noch größer kannst du es machen. Ach so, äh, äh, mikroskop. Ja, 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 so. Mikroskop, ja. Und die Dijkters, die haben so, so rühr. Ja, das ist hier für ihre Sonne. Dinge dran. Ja. Hält die denn an der Rücken, hält die denn an der Rücken, he? Ja. De Lung abzuhuren. Wie heißt das? Äh, das ist stethoskop. Das ist alles. Prima. Dankeschön. Aber dann geht es noch eins, da kannst du mit in den Himmel in den Steinen gucken. Ja, stethoskop. Ja, stethoskop. Teleskop. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da ist ein Strand. Du bist ja genauso gescheit wie unser Uwe, Fritz. Ach, was würdest du da mal erzählen jetzt? Ja. Würdest du mal da mal wieder sagen? Ja, der Uwe ist unser wandelndes Lexikon und du bist unser wandelndes Geschichtspunkt. Nein, 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 ich erzähl kein Geschichten. Das sind alles Erinnerungen. Ja, Erinnerungen sind ja Geschichten. Ja, aber komm nicht an den Mikrofon dran, wenn du wieder zoomen willst. Erinnerungen sind ja Geschichten. Ich darf den Schnippen wählen. Er fängst doch wieder an. Erinnerungen sind ja Geschichten. Ach, Klöster. Immer die letzte Woche. Ja, ist sehr jung. Was bringt der Uwe dann? Der Uwe wollte heute eigentlich was erklären über das weiße Goldfritz. Ach, das Wort zu legen. Jawoll. Ach, ja, da hat der Oma, die hat der ganze Schaf vor Wurzelingen. Und das Wort immer nur an vier Däscher auszuholen. An Oster, an Pingster, an Weihnachten. Ja. Immer da hat sie dann was. Wenn die ganze Verwandtschaft kommt, da hört man wieder nicht so. Das kann ich erzählen, was ich will. Da sieht sie doch, ja, ja, ja. Ja, was sollen wir da jetzt machen? Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich. Was ist Porzellan? Bereits im Jahre 700 konnten die Chinesen Porzellan herstellen. Porzellan, eine Art Keramik, glänzte, war hart und war schneeweiß. Da ist es schon zu sehen. Ja. Außerdem hat der Porzellan einen glockenhellen Klang, wenn man es anstößt. Als es nach Europa kam, nannte man es China-Ware. Wer es sich jetzt leisten konnte, stellte lieber Porzellan, Geschirr auf den Tisch als Holz oder Metall. Porzellan. Wer es sich leisten konnte, stellte jetzt lieber Geschirr aus Porzellan auf den Tisch als Holz oder Metall. Zink wurde ja eher so, ne? Zink, Zink. Um die gleiche Zeit gelangten noch andere Produkte aus dem Orient nach Europa. Guckst du. Vor allem Baumwolle und Zucker aus Indien. Orient kennen wir uns in Asien, ne? in Europa, wo das Porzellan von August dem Starken entdeckt. Seitdem heißt es hier Meissner Porzellan. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken. Wir sind alles München, oder? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF-Gabbales Ich muss gar nicht, dass du Mund-Amonika spielen kannst. Ja, das wusste ich bisher auch noch nicht. Das Publikum hast du noch nie gespielt. Aber du hast doch richtig schön gemacht. Kein Wunder, dass du so viele Fans hast. Ja, aber in Jans-Forum sagen nur drei Stück, das ist auch Verwandtschaft. Na ja, komm, wir haben aber auch einen Fan, der ist sogar bei der hohen Geistlichkeit. Wer ist das denn? Hier, der Pater Wolfgang. Ach, der, der hat uns schon... Ja, genau, und der ist doch strafversetzt worden in Hamburg in so einen Beicht-Container. Und da in diesem Beicht-Container nimmt er doch den Leuten die Beichte denn ab. Ja, da kannst du uns hier hin bestellen, da kann der die Beichtgäste ja mitbringen. Das ist eine schöne Idee. Und was soll der da machen? Ja, da kannst du mal zur Beichtgäste. Fritz, ich kann doch nicht zur Beichtgäste, ich bin doch Protestant. Und wie macht ihr das Sünde fort? Wir Protestanten machen keine Sünde. Und wenn wir mal sündigen, dann versuchen wir das mit noch mehr Arbeit wieder wettzukriegen. Ach, ich bin nett. Ja, da haben wir uns ja besser. Ja, wieso? Wir haben einen Pastor, wir erzählen das. Ach so, da kannst du uns erzählen, wie das im Dorf geht. Mit Beichten oder was? Ja, mit Beichten. Ja, ab dem Dorf geht oder so. Ja. Ja, da waren zwei Beichten, die haben dann noch ein Pastor, das war für die Kirche und die Pastor. Ja. Da haben wir uns hin und testen, was das so geht, wenn wir gesündig sind. Ja, bitte runter, fritz dich ja noch dahin, fritz dich jetzt zur Echerin. Sagte Pastor, ich bin neu hier und ich hab dich noch nicht gesehen. Soll ich dir beim Beichten helfen? Ja, fragt mir sie jetzt ab. Hast du gelohren? Ja, manchmal. Hast du gestohlen? Nein, doch nie. Hast du Unkeuschheit getrieben mit dem Mädchen? Ich? Nein, doch nicht. Auch nicht mit der Lesel aus der unteren Dorfstraße. Nein. Und mit der Monika aus der oberen Dorfstraße, das letzte Haus auf der rechten Seite. Nein. Sagte. Dann lass ich dich mit zwei Vaterunser, kannst du dann gehen? Sagte. Dankeschön. Ne, Mäzi, Grüezi und Jez. Sagte. Bitte drüßt. Wie war's? Sagte. Wie ist das klasse? Die hätten wir zwei Neuerdreißen. Ja, ja, so sind sie die Katholiken. Ja, ja, siehst du. Und der Pater Wolfgang hat uns nämlich halt ein Fanvideo geschickt, wo er hier auf der... Ja, wo er auf der Tuba sprach. Genau. Richtig. Und... Ach, ja, da kommt... Jetzt kommt der Sündige, da kommt ein bisschen Bier. Ja, klasse. Jawoll. So, Bier, ja, wird gehen, ne? Aber ich hab leckere Hopf- und Kalschale. Hopf- und Kalschale. Ach, hier. Gutes Talk am Nil. Wir haben sogar ein eigenes Bier. Hast du jetzt rausgekommen? Alles in unserem Talk am Nil Shop. Demnächst gibt's noch Talk am Nil Sonnenschirme, Talk am Nil Badeschlappen. Badeschlappen? Ja. Ja. So. Und wir gucken mal rein bei unserem Pater Wolfgang, der uns ein Ständchen gebracht hat. Wir machen das erstmal auf. Ja, ist schön. Also. Ja. Musik Musik Hallo Michael aus Köln, alles Gute zum neuen Jahr und für dich und deine Fans habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Musik 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 Und ich hatte vor, ich habe ja 50 Jahre in Müllem gewohnt und da habe ich auch immer mit der Kamera rumgefummelt. Und da hatte ich also auch von Müllem jetzt gemacht und das wollte ich dann eigentlich auf der Ausstellung zeigen, weil ich, ja, bin mit einer Gruppe zusammen, so ältere Löken, mit sieben Löken, kriegen wir 500 Jahre zusammen. Und ich mal mit dem Computer und die mit den Fingern und so. Und ich habe da einen Film gemacht und dann habe ich mich gefragt, kann man den Bruch? Und dann hast du gesagt, nein, da müssen wir, da war noch. Ja, wir können auch noch bei den Dinosaurier anfangen, die sind gestorben und zu Öl geworden. Dann kamen die Araber, haben das verkauft, aber eigentlich hast du ja die Ausstellung so. Ja, ist doch ja, ist doch ja. Da haben wir auf jeden Fall einen Film davon gemacht. Und die haben ich dann da gezeigt. Und dann sind die hier runtergegangen und hat Unger die Parkaufhüter geworden. Richtig. Und eigentlich sollte bei der Ausstellung... Sollte er in einem Quetschebruch kommen. Quetschebruch, genau. Ja, und der ist nicht gekommen, zu spät gekommen. Und da sind die hier runtergegangen und Unger ist dann, der Olivera hat ihn da getroffen. Und die haben ihn dann mit runtergebracht und dann hat der Buffy gespielt. Und dann hat er noch einen zweiten dabei, mit so einer Tambourine oder was das war. Ja. Und hat uns dann der Nummer da richtig verschönet. Ja, das war gut. Ja. Ja, und dann hat sie gesagt, den könnten wir eigentlich für das Talaganil inladen. Und der hat ja nicht nur bei uns in der Show den Weihnachtslieder gespielt, sondern vor der Show hat er mit unserem Piano-Gott, dem Stefan Ulbricht, hat auch noch eine Rock'n'Roll-Nummer gespielt. Ja. Ja, das hab ich ja früher auch gedacht. Rock'n'Roll? Ja, ja, Mensch war immer so alt gewesen. Ja gut, aber deine Musik war doch eher hier, da sind sie doch mit der Zitter um Wassermann rumgelaufen. Nee, nee, nee. Also jetzt ist die Situation. So alt bist du ja auch noch nicht. Ja, ja. Nee, nee. Also es war schon eine tolle Musik. Rock'n'Roll war auch schön. Da hören wir mal rein. Stefan Ulbricht und Maxwell Oliveira. Go, go, Johnny, go! Ja, ja. Ja, nein, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Y du sientas, cansada de vagab. Pensa que yo podré estar esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Es ja kalt, ja dann müssen wir es doch so machen. Meine Damen und Herren, dann machen wir es jetzt hier in Gottes freier Natur. Und dann zum ersten Mal liest jetzt, erzählt jetzt Fritz Zöller aus dem Buch Krone und Flamme mit Läufestüffchen. Fritz, bitte. Also eigentlich fangen wir immer als FKKler mit der Saison an. Moment mal, Moment mal. Zwei Fragen. Wo sind Läufestüffchen? Und verstehst du unter FKK genau das, was ich verstehe? Nämlich Freikörperkultur. Ja, Pudelnack bist Unterholterer. Du warst bei der Freikörper, du warst oder du bist Freikörperkultur, oder? Ja, ja. Ist doch das schlimm. Nee, nee, aber das wusste ich ja gar nicht. Ja, du hast 23 Jahre gemacht. Wie? Das war ein Verein, hier im Kölner Bezirk. Und da war ich Vereinsmitglied, war Familiensportbund. Und ich war dann da Geländewacht, also auch im Vorstand drin. Und dann war auch Bodelruhe, oder? Alles, wir waren auch Bodelruhe. Ja, das ist manchmal noch da so gebaut. Ja. Bei uns haben wir da hingesetzt. Du darfst ja keinen Reibach machen. Musst ja alles, damit du unter der Steuer bleibst. Ja. Naja, jedenfalls war ich da in der Geländewacht. Und wenn wir so 1.000, 2.000 Lücken gezogen haben, dass es da hat. Ja. Dann war es schon ja los. Ja, und wir hatten also auch Sportarten da. Volleyball, die Stenis, Boccia, wo man auch noch gespielt hat. Wo man die Bälle weggeworfen hat. Ja, genau. So, und eines Tages hat dann der Volleyballwart eine Runde geschickt. Der Fritz soll uns raufkommen, da oben waren ein paar Rocker, die wollten den Bocci austrecken. Ja. Und ich soll mit ein paar Mann raufkommen. Nein, ich weiß nicht. Mit ein paar Mann, ja, ist doch nicht rauf. Wenn du da mit ein paar Mann raufkommst, und da sitzen ein paar Jungposten. Hey, die stehen ja direkt auf Abwehren. Ja, klar. Und als kleiner Mann kannst du da hin, Jan, bist du für dich kennengefahren. Ja, Jan ist doch alleine rauf. Und da sagt der Horst, ja, kommst du endlich. Ja, sag ich, ist doch. Ich frage, ich spreche jetzt mit denen. Und das ist doch. Rechne ich nicht auf. Ja, und dann sag ich für die, sag ich bin hier der Geländewag, wer hat Büsche zagen. Dann haben die drei gesagt, geh doch. Sag ich, ja stimmt. Ja, ja, sag du, wer willst ja wissen. Ja, sag ich, ihr fahrt am hellen Dach mit dem Motorrad. Und hat die Lampen an. Ja. Wofür leh ich an am hellen Dach? Dann hörte ich mich an. Weißt du das nicht? Ja, sag ich, woher soll ich das denn wissen? Ich fahr ja kein Motorrad. Ja, sag ich, das ist sehen und gesehen werden. Ja, sag ich, dafür musst du nicht. So wie du lachst jetzt, haben die Pusten auch gelacht. Jetzt hätten die Vertragen gekriegt, was? Na ja, sag ich, das hätten ja. Also ausziehen, Junge. Haben sie auch gemacht? Ja, du musst das nur lehnen, ohne Krach zu kriegen. Also, wenn du dann ein bisschen leger kriegst, dann kriegst du auch keine Krach. Kann man auf der Straße auch. Wolltest du denn sagen, bei den nächsten Ausgaben von Torg am Niel brauchst du gar nicht mehr Läufestücke zu lesen, sondern machst du ein paar Anekdoten über den FKK? Ja, das mach ich. Und die Adresse, wenn das nötig ist, die Ewigohre. Ich hatte jetzt bei einer Sendung, da hatte ich jetzt hier mit dem Palöck gesprochen. Und da hatte ich das auch angesprochen. Und da waren wir auch interessiert an der Adresse. Aber da war ich noch nicht so weg. Jetzt, also, ja. Ich brauch nicht die Adresse, ich brauch lieber die Fotos. Meine Damen und Herren, Fritz Zöller! Ja, alles klar. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Schön gemacht. Ja. Ja, was machen wir denn? Ach, der Ossi! Ossi, da bist du ja! Was trägt ihr denn hier? Wir sitzen seit einer Stunde hier. Wir sind am Renovieren, Junge. In der Wohnzimmer sind wir am Renovieren. Können wir jetzt reinkommen? Nee, der Boden ist frisch geölt. Ah. Sonst mehr hättest du wieder eine Spagat oder so. Ja, ja. Hatte ich ja erwischt. Aber ich kann immer so. Das hat's halt nicht. Ja, ja. Das war doch wie Glück. Aber bei der nächsten Show sind wir wieder drin, oder? Ja, ja. Wenn euch benehmt. Ja, dummer doch. Wenn ich mal endlich zwei Bier kriegen würde. Ach, dann benehmt sie dich. Ja. Ja, da ist gut. Dann kriegst du zwei nicht. Ja, meine Damen und Herren. Das war es schon wieder gewesen mit Alk Talk Talk am Nil. Mit dieser wunderschönen Outdoor-Ausgabe. Tschüss, sagen ich und der Fritz aus dem Lenkwitz. Prost zusammen. Pick. Pack. Pick. Vielen Dank.